und damit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten abend zurück bei satisfactory mit toto so dass immer wieder wir drücken auf fortsetzen und wie ihr vielleicht in der letzten folge mitbekommen habt ist unser aktuelles ziel phase 4 um dann wer hätte es gedacht unter umständen von neu anzufangen so machen wir direkt den screenshot erstmal noch ein wochen ich weiß gar nicht weil ich mich reingedübelt habe eins von diesen leckerchen ach genau ich erinnere mich warum wir hier nicht weiter gemacht hatten ja ja weil hier diese rampe ist die wollten wir auch nicht versetzen jetzt schon wieder so ein schicker baum und erst weg ich bin killer bist du ich habe bäume weg okay du haust alles weg was sich hier bewegt kommen ja rein und wollen mich nerven ja siehst du sag ich ja so und zwar habe ich mir mal wieder gestern abend noch ein paar sachen überlegt wo wir hier noch optimierungsbedarf haben und zwar haben wir das hier so dann haben wir hier die bremse und davor werden wir dann einen ablauf noch gestalten sozusagen halt auch eine art sortiersystem also was da wie gesagt nicht mehr reingeht das wird weg gefördert ich denke auch in schredder oder sowas und jetzt brauchen wir an sich in dem sinne nur noch immer dieses nur ihr erinnert euch nur noch ein zulauf und ich habe so das gefühl der würde sich da zwischen hervorragend machen wo ich muss treibstoff holen oder machen wir den hier vorne ans eck eigentlich total egal wo wir den hin bauen aber ich vermute mal hier unten würde er sich ganz gut machen und zwar hier mittig können wir hier mittig lang können hier unten auch noch irgendwie so ein paar lager container oder sowas hin klatschen fände ich gar nicht fände ich jetzt gar nicht so doof so das heißt was hatten wir gesagt hier kommt auch dann hätte ich das hier stehen lassen können hätte ich mal ja auch wieder habe ich die dinger denn noch mal gebaut oder zwei sogar habe ich hier eingebaut ne hat nicht geklappt ok wir müssen das wegnehmen damit das klappt ok bitte schön jetzt kriege ich auch noch küsschen machst du lieb ich habe hier gerade noch ein butterbrot schnell geschmiert ja möchte auch ein glas tee bitte hier wir gerade noch ein butterbrot geschmiert das hat sich einmal gefreut ja ich denke auch manchmal ist okay weil sie war ja heute auch nicht zu mir ja auch an können so was frauen ja habe ich auch von gehört jetzt weiß ich warum ich die gelöscht habe sie selber quatsch mache oder ist das kein quatsch bei dem baum da habe ich jetzt aber nicht weg der darf leben ja aber aus optischen gründen machen wir hier noch ein bisschen beton rein so jetzt lass uns doch mal gerade gucken vielleicht muss ich den da doch weg machen ich glaube tatsächlich dem muss ich doch auch weg machen hatte also doch seine richtigkeit dass alles weg gemacht hatte naja hinterher ist man ja bekanntlich schlauer so jetzt bauen wir die hier dran noch eins schaffe ich nicht nicht genügend material darf nicht wahr sein na und ich ahne irgendwie schon wo das hingeht ne könnte so gerade eben funktionieren nicht genügend material toto was denn da los da sind röhren aber wir hatten ja festgestellt hier kommen ja auch röhren an und zwar gar nicht so wenig ich glaube ich bediene mich mal hier aus den röhren ne so fertig besser so wo waren wir denn hier so jetzt haben wir hier noch mal sechs auf der strecke verteilt haben wir jetzt auch sechs das sind zwölf große lager container reicht uns das ach ne moment ich muss ja hier auf jeden fall noch welche dran bauen jetzt kommen wir ja nicht zurück so ne rein raus ne moment hier ist falsch die sind falsch darum hier zurück darum hier zurück da wieder zurück da wieder zurück so so jetzt hier ein intelligen splitter genau der jetzt einfach sagt nach links kommt der ganze überschuss raus also wenn hier irgendwann nichts mehr rein geht ne dann kommt das hier raus wenn hier nichts mehr rein geht das heißt ja nun mal schon was so hier ist überall mk4 das behalten wir würde ich sagen auch bei genau bis hier hier bleiben wir bei mk3 und das wird aber dann jetzt ein hässliches rundum dann machen wir den weg und alle guten dinge sind sie finde ich in ordnung das ist ja das heißt hier 7 3 ne ist ne magische Zahl ne ich so 7 2 4 6 7 ja ist doch gut 7 Stück mal eben zum Puffern finde ich jetzt gar nicht schlecht nein alle guten dinge sind 3 heißt sie noch mal ja 7 ist auch ne schöne Zahl guten abend lieber ollie guten abend lieber mark schön dass ihr wieder mit dabei seid ollie ollie ich glaub der toto freut sich auch übrigens ja mal eben kannst du mal eben was drucken hast du hier 25 seiten duplex und ganz normale seiten ne und du musst das jetzt alles rausfiltern ja du hast schon ein schweres leben toto ja das ist mir auch das ist mir auch wieder aufgefallen das ist also ei 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 jetzt mal was du was machen willst dann kannst du mal eben ne ja das kannst du mal eben ne ja und nein mal eben beste weißt du doch ich weiß ich weiß können sie das geräusch mal imitieren mit mond ich höre es ja so gerne ok man hätte das hier auch echt deutlich enger zusammenfangen können aber naja hätte 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 ja die fahrrad kätze ja so in etwa ja mhm 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 5 2 1 2 2 3 Nene, so schlimm ist nicht. Ungenügend Material, es darf nicht wahr sein. Ja, das ist mal lang, nicht voll lang bin es da. Junge, 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 Junge. Hm, Eistee. Ich dachte, man hat Tee. Kein süßes Zeug. Eistee. Süßes Zeug. Ja. Komm Toto, wir müssen uns hier beeilen, wir wollen Phase 4 erreichen, um dann neu anzufangen. Oh ne, das hat sie mir jetzt noch geschenkt. Und wenn wir intelligente Splitter haben, dann machen wir auch so ein riesiges Zentrallager. Das, was der Lippi im Prinzip angefangen hat. Mhm. Machen wir dann auch. Okay. Dann können wir überall alles zentral einlagern und das da rausholen. Vor allem jetzt, wo es Schilder gibt, können wir das ja dann auch alles nutzen. Ja, das wollte ich auch gesagt haben. Gerade das mit dem Lager und den Schildern ist ja richtig geil eigentlich. Ja, ist es auch. Ist es auch. Das ist sogar richtig genial. Nö, okay. Richtig, hat er gemacht. So, jetzt nochmal einmal meine Frau das abgeben. Tja. Mal abgeben, den Segen holen. Was, den Segen? Ja. Ich trinke lieber, was sagt er, Tee? Als Tee pur Salbei. Was? Ich trinke lieber als Tee pur Salbei? Hä? Versteh ich nicht, Marc. Versteh ich nicht. Mhm. so jetzt kommt der clue das machen wir hier nämlich ein mk3 so jetzt haben wir ich könnte mir das direkt als zuführband nehmen ich meine ich trinke nur tee wenn das pures salbei ist na siehst du hier ist ja gar nicht so schlecht glauben wir das förderband mal hier weg nicht wahr warum wir jetzt gesagt machen wir jetzt die zuführung doch eigentlich wäre hier echt gut was passt hier natürlich mit der höhe nicht oder machen wir es doch hier zwischen 8 ne doch fusionator dazwischen aber fertig sind schön sauber moment da muss ja dann auch ein mk3 rein machen mag es gibt das ja kein ich muss mir mal gucken wo du für moks gemacht hast mk3 auf mk4 aber ich kann ja hier jetzt nicht wieder runter reduzieren das geht ja nicht ist aber eigentlich auch egal ja ja denn letztendlich wird das ja hier durch das mk3 gebremst zumindest der kreislauf das kann zwar hier dann wieder gefüllt werden aber bis mk4 ist natürlich üppig moin zu later grüß dich schön dass du wieder dabei bist 3 hat 270 ok mk4 hat 480 ressourcen pro minute er zudem geht er knallt richtigen möglich uns für wo es noch mehr zurechtfinden und ich habe eine neue brille mal auf irgendwie jetzt mit pc blau nicht für alles ist alles dunkel und manche es nur würde mich wundern, wenn es das nicht wäre ist das so, ein Blaulichtfilter? ja, normal schon du fehlt das ja ja, ich bin es halt, ich hab noch die Blaulichtfilter drin, in der Brille halt, ne? weil eben die Brille und ich hätte die alte auch noch hier liegen weil es doch noch nicht muss ich das an gewöhnen halten die neue eben hab ich ja, Jürgen Schiff gehangen, praktisch nur so schwank, schwank, schwank weil ich hab nicht positiv also ich hab so gesehen ist das positive, ist jetzt auch das negative ja, eins von beidem, ne? ja, ich hab ja sonst plus 3, ne? und jetzt hab ich plus 2, 7, 5, ne? und ich bin mir in die Augen besser geworden, schlechter geworden ne, eigentlich schon besser der ist mir besser geworden, nicht schlechter, ne? ja, ist ja gut liegt bestimmt an deinen tollen Bildschirm, den ich dir empfohlen hab glaub ich nicht auf jeden Fall was sollte sonst sein? das gute Möhrchen essen ja, das kann natürlich auch sein ja, mal zu Möhrchen, sag mal mal, tu mir die Möhrchen, ne? ja, Oli schreibt gerade neue Brille ist immer mega komisch siehste ja, auch mal, ich hab ja auch eine Sonnenbrille jetzt in Sehstärke halt, ne? das ist ja, das ist ja eine Sonnenbrille in Sehstärke, richtig? also es ist ja Welten doch ne, komm, jo, ich kann was sehen in der Sonne, ey ja, kann ich nicht mehr drehen, ich hab halt keine Brille das ist auch Trotzdem, weil ich dich noch fragen soll, wollte wie ist deine Planung für morgen, Mensch? äh, ich weiß sogar nicht ich hab meine Freundin entsprochen ich stell mir morgen früh die kleine wegfahren ja, mach doch mal ich bin vermutlich ab morgen Mittag Nachmittag bin ich schon wieder im Prinzip am Buckeln und ich könnte tatsächlich paar helfende Hände gebrauchen ich will nochmal was umstrukturieren oh, das hört sich immer nicht gut an naja, ich will ein paar Kabel nochmal neu machen das ist leider, der ein oder andere hat einen Katsch gekriegt durch diese Haken-Nägel ich hab Haken-Nägel gekauft, Leute ich hab Kabel in eine Wende gekloppt und ähm und du hast jetzt was? Leitungen beschädigt? ja, die, so die ein oder andere ist auf jeden Fall in Mitleidenschaft gezogen worden ah kannst du sowas nur tun ja, ich so, Auto so, ich so, Unfall genau, lässt du auch sagen ja so äh, Logistik nein, ihr würdet sich jetzt anders komisch aus mit der Brille und Leck, komm hier wenn ich irgendwie gleich mal umfallen sollte weißt du, was bestimmt noch nicht geworden ist äh, okay gibt's nur was? nennt sich Kabelprüfer oh ja ja weiß ich will ich nicht ich will einstecken und sehen, wenn das Haus brennt nö ich will einfach, wenn ich schon optisch sehe, ne mhm dass mir das nicht gefällt dann bräuchte gar nicht darüber nachdenken, das zuzuschmieren das richtig dann ist das nämlich ich weiß das und damit ist das Thema durch damit ist das Ding einfach durchgefallen ganz einfach das ist eigentlich das Hauptproblem lieber zu Lator zumindest mein Hauptproblem sagen wir es mal so aktuelles Hauptproblem ja ich schreibe es dir morgen ja bitte und dann war ich zu bescheuert ja bitte so, ich bin auch schon wieder raus, ich muss auch noch mal früh ins Bett was denn da los Olli das kennen wir ja so gar nicht ja früh dient aktuell ja ich auch sehr doof ja 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 danke Olli, viel Spaß im Bett echt viel Spaß im Bett Olli ja das ist ja alles richtig, weil ich mache wird schon stimmen ich würde echt interessieren, ob das gleich funktioniert, ne, das wäre so geil das wäre ja so geil, wenn das funktionieren würde ja ja hast du schon irgendwie super container, äh, äh, super computer am laufen, ne, ne 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 ok nope, nope, nope gut gut, dann muss ich da gleich, wenn das durchgelaufen ist, zu Computer machen ok mk2 Förderbänder müssen hier einfach mal reichen so, haben wir das, haben wir das, so, jetzt müsste eigentlich alles eingebunden sein brauchst du nicht KI-Begrenzer? ja, für diese, äh, dingens hier, für diese super sortiere, aber die Nummer ist ja durch achso ok die laufen ok, dann, äh, ignoriere ich das jetzt mal gekonnt anzutun, ja dann probiere ich hier, das klappt, davon baue ich 50, da kann ich die machen schön, dann habe ich gleich da ein Geothermalgenerator sehr, sehr geil ja gleich ist relativ, aber ich gebe es mir Mühe programmierbarer Splitter, finde ich auch interessant ja, den benutze ich hier die ganze Zeit der ist noch gar nicht erforscht programmierbarer Splitter, selbstverständlich nein, da hat noch keinen Hacken dran den benutze ich die ganze Zeit ja, aber den kannst du nicht haben, also dann hätten wir auch schon den, äh, geothermalen Generator noch nein, aber den, den Splitter benutze ich die ganze Zeit wie kannst du ja nutzen, wenn du noch nicht mal forscht ist ja, woher soll ich das wissen hier, intelligenter Splitter, hier, guck, da stehe ich drauf intelligenter, programmierbarer Splitter ach so, programmierbarer ah okay, sorry, ich habe nochmal was anderes ja, moin, moin äh äh, Gschi, Gschi Gschi, 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 Gschi mühe ist einfach so immer stets bemüht genau das stand schon damals auf dem zeugnis er war stets bemüht na sie ist aber was kann man denn mehr als sein bestes geben mal ehrlich den namen geschrieben gab es aber nicht mehr großartig genial mk3 ich mag irgendwie mk3 förderbänder ja komm bleibst du wohl da oben ich muss echt ungewohnt du legt mich in der tisch technik tadeos die technik so alles was zu vieles geht jetzt direkt in den schredder das wird auf jeden fall hier ein stromfresser das garantiere ich dir was ich hier haben zu recht schuss dann bin es nicht mehr normal so direkt mal hier gucken strommast mk2 ist viel turbodraht bin ich gerade da kann ich hier mitbringt äh sehr gerne und 500 erreicht ich habe um ehrlich zu sein noch gar keine ahnung mann bücher zweimal ich versuche hier gerade erst mal strom jetzt dran zu kriegen kabel hinten man die kabel gewesen ich habe mir einfach alles zugebaut wo man vernünftig strommasten platzieren könnte wo hängst du denn da ist dann noch mal da bist du gefunden so wenigstens läuft schon mal der schredder positiv denken ich denke mal probodraht hierhin ne ja bitte ein stack oder lieber doch zwei weil es in 500 auf ne rolle ne ja ich denke auch das dürfte eigentlich reichen okay oder ja guck mal schnell nach wo ich jetzt fliegen gehe na lass mal ich komm schon mit dem einen hin okay auch ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben uns schon überlegt, dass wir neu anfangen Von daher ist das bald auch alle Schnee von gestern So, ich hätte jetzt hier echt gerne nochmal so ein Unterbrecher-Ding, ne? Läuft der schon? Ne, der läuft auch nicht darüber, ne? So, 1, 2, 1, 2, also da müsste der hin Ja, na toll, ja, wieder richtig doof, gefällt mir wieder alles nicht, mann! Platinen hatten wir auch keine Produktion, oder? Nicht mehr, die hatte ich da, wie gesagt, von Hand reingeschmissen, aber ansonsten war es das, aber wir können, wenn du willst, weshalb, weshalb wir neu starten, eigentlich relativ simpel, ich hatte den Spiel schon mit einem anderen Kollegen angefangen, bin jetzt mit dem Toto hier dran und ja, wir haben halt wieder viel gelernt und, wollen das jetzt eigentlich ganz gerne umsetzen Und dafür, ja, brauchen wir das halt So, wir brauchen auf jeden Fall noch Highspeed-Anschluss, ne? Äh, Kabel brauchst du jetzt, den hab ich ja schon produziert Highspeed-Anschluss, brauchen wir doch noch On-Mass, oder nicht? Ja, und wir brauchen Platinen Ne, brauchen wir nicht On-Mass, wir brauchen 100 Stück für die, äh, äh, MK3, ähm, Strom-Masten Wir machen erstmal additive Steuereinheit So, die brauchen wir ja gleich noch, doch, die brauchen wir noch für den Aufzug Okay, ansonsten brauchen wir Dafür brauchen wir 15 automatische Verkabelungen, Platinen, schwere, modulare Rahmen und Computer Ja, okay, dann kannst du schon mal, ich bin jetzt Platinen gerade, da mache ich jetzt zwei, auch noch hunderte von Was? Wo glaubst du, wie du denkst du hin? Ja, die hatte ich doch noch Ich hab doch allein noch 200 Stück im Inventar War es Platinen? Ja Ja, ich bin reich nicht, aber soll ich dir So, Computer habe ich hergestellt Diese additive Steuereinheit lasse ich herstellen, was braucht man noch? Schwere, modulare Rahmen haben wir bereits automatisiert So, heißt, es fehlen vom Prinzip her So, Platinen überwiegend Und Highspeed-Anschluss brauchen wir doch für irgendwas Ja, ja, also für die Vorschulern schon brauchst du es, ja Ja, dann lassen wir die auch machen So, das heißt, wir brauchen dann Platinen, ne, müssen wir uns herstellen lassen So, damit das war jetzt, also für die programmierbare, äh, programmierbare Splitter braucht man 50, äh, Computer Und, äh, 50 frames Warte mal, Toto, lass mich, lass mich jetzt erstmal Also, wir brauchen Platinen Ja Wir brauchen viele Platinen, ne? Äh, ja Kann ich hier laufen lassen, bei mir Da sind da schon Platinen dran, beziehungsweise Highspeed-Platinen, ne? Ne, ne, ich will hier, will ich, äh, ich will das mal gucken, ob wir das hier, wie gesagt Nicht vielleicht auch ein bisschen automatisiert kriegen Haben wir ja darüber gesprochen So, Stator und Kabel Das heißt hier Rechts Stator Kann ich das suchen? Stator Und was hatten wir gesagt? Kabel Ach, schweiß, wo Stator liegt Kabel So Geht da rein Müssen wir sonst noch irgendwas dafür vorher herstellen? Fragmente Kapseln Amir-Dinger Nö, eigentlich erstmal nicht, ne? Brauchen wir nicht Wir könnten hier jetzt noch Kabel herstellen, theoretisch Turbodraht könnten wir noch hier herstellen Aber ich glaube, davon haben wir genug, ne? Den brauchen wir eigentlich nur rüber schmeißen Ja, so viel haben wir auch nicht mehr Turbodraht So, Platine, Kupferblech, Kunststoff Mal gucken So, dann würde ich jetzt hier hingehen Würde sagen Platone, ne ganze Kiste haben wir davon Kupferblech, genau Und Kunststoff So, zack Gleiche hier Ist zwar eigentlich auch was lang Aber Kupferblech So, das macht ihr jetzt Also, Platinen und Platinen Und automatische Kabel Kriegen wir hier So, dann Was brauchten wir hierfür? Automatische Kabel Platinen Schwere Rahmen Computer Also Automatische Kabel Äh, was Was tut mir denn gerade immer hier weh? Oder was ist das hier? Platinen Computer Und was noch? Schwere Rahmen, ne? Ah Schwere, modulare Rahmen Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob das klappt, ne? Schwere, modulare Rahmen Du sollst machen Computer Du brauchst Platine Turbodraht Gummi Nämlich unser Alternativrezept Platine Turbodraht Und Gummi Interessanter Computer aus Gummi So, und was haben wir hier noch hergestellt? Highspeed Turbodraht Kabel und Platine Oh ja, wir werden sehr viele Platine brauchen Mhm Was hatte ich jetzt gesagt? Turbodraht? Turbodraht Platine Äh, Turbodraht Kabel und Äh, doch Platinen Platine und Kabel Wie gesagt Hier sind schon ein paar Sachen Mal hinten Mal gucken Ja, dann würde ich ja jetzt eigentlich mal so sagen Kabel ist hier Kabel ist hier Ja Wir haben alles hier Wolltest du das mit Förderbändern mal da rüber schmeißen? Und wie hast du das vorgehabt jetzt? Nee, ich habe mir eigentlich gedacht Wir wollen jetzt einen LKW Wir zwei schmeißen jetzt erstmal alles Im Prinzip überflüssige von uns raus Dass wir gleich auch schön viel Krempel zusammen sammeln können Guck mal hier Den Turbodraht kann ich schon mal reinpacken Kupferblech Schwere Rahmen Gummi Kabel Wissen wir ja, dass wir das brauchen Ich schmeiß mal noch ein bisschen Kupferdraht mit rein Noch ein paar schwere Rahmen Platinen Schmeiß ich mal 100 rein So, was haben wir noch? KI-Begrenzer brauche ich Brauche ich Stein Kann ich eigentlich direkt in den Schredder schmeißen? So, jetzt gehe ich noch Holz und sowas hier einbinden So, Holz und sowas, wie gesagt, schmeiß ich hier in die Dingens, ne? Hier in die Na, sie wissen schon In unsere Bio-Treibstoffproduktion Blätter haben wir auch noch dabei Holz haben wir noch dabei So, haben wir wieder zwei Plätze frei Kommt zu mir gerade, da kannst du noch ein paar Kerbische mitnehmen Ja, Moment Äh, Stein kann da rein So, Bären-Speck-Pilz packen wir hier rein 300 Stunden ziemlich gesorgt Und habe 30, was soll So, ne? Hier oben Ja, Moin Moin Wo die man da den ganzen Kerbischen raus Was hast du denn hier? Wo kommen die denn her? Ich habe doch hier noch eine Faktur stehen gehabt, um die Sachen zu produzieren Ah, ja Ah, deswegen haben wir die drei Forschungen wieder fertig, ja Alles raus? Ja, oben ist alles raus Ja, dann ist alles raus, ne? Ja So Dann, was brauchen wir noch? Hat man hier hinten nicht noch Platinen und so einen Krempel? No Welcher? Habe ich schon in der Tag schon mal nicht Ähm Mal gucken mal rein Meine Platinen dürfen nichts mehr sein Ne, aber ich habe jetzt noch Guten Abend lieber Dodger Aber ich habe jetzt mal noch hier diese 50 fehlende Motoren mitgenommen Für den Aufzug Ich kann das jetzt hier einfach irgendwo reinschmeißen und das wird überall verteilt, ja? Müsste, ja Versuchen wir es Okay, dann Gibt Spaß mit den Kabeln Dann den Platinen, hast du gesagt, ne? Ja, wie viele Kabel hast du denn da reingeschmissen? Ach 2, 4, 6, 8, 10, 1000 Tautzonen Ja gut, dann schmeiße ich jetzt aber eigentlich nur noch, ach komm, was soll der Geiz Robodraht auch, ne? Hast du gesagt? Ja, ja, Robodraht kann auch rein Ja, da habe ich auch, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Guck mal hier, das hat schon geklappt, guck mal, geil, guck mal hier rein, siehst du das? Ja Also der Strom ist ja noch nicht angeschaltet, deswegen kommt hier noch nichts Aber geil, dann läuft alles schön im Kreis Gummi brauchst du auch? Gummi brauchten wir auch, aber Gummi haben wir direkt hier ums Eck Okay, dann habe ich jetzt noch Stahlträger, braucht wahrscheinlich nicht, Stahlrohr auch nicht Kupferblech brauchen wir Ja, ich schmeiße aber mal Kunststoff- und Gummi-On-Mass rein Patinen, wie gesagt, habe ich auch, wie viele? Wie viele wieder hast Und Statoren brauchen wir Statoren haben wir ganz lange da hinten, Motoren habe ich reingeschmissen Motoren brauchen wir nicht, ist aber auch egal KI-Begrenzer? Nicht, da ich wüsste Okay, dann habe ich jetzt hier noch Computer Ja, kannst du auch mal reinschmeißen Okay Dann hör mal die Statoren Ja, und daneben ist so ein, du könntest unternehmen hast du noch die normalen Motoren Ja, die brauchen wir aber nicht Noch nach dem Turbo-Drahter von Da sind doch Statoren, ne? Nee, nee, Rot-Rot-Rot-Rot Aber wir brauchen Statoren, glaube ich Ja, hier, ein zweiter Da, ganze Kischwoll Ja, drei, vier, fünf, sechs Machen wir auch mal Sieben, acht, neunzehn Machen wir mal tausend Wir haben da ja auch ein bisschen Lagerfläche So, Turbo-Draht Eins, zwei, drei, vier, fünf Das war schon fast 8000 Turbo-Draht drin, ne? Echt? Oh Ja Ähm, ja, jetzt geht er weg Wir brauchen davon ein bisschen was Wir, wir machen mal So, jetzt hast du, äh, Kupferblech, hast du gesagt, ne? Kupferblech, genau Davon brauchen wir auch einiges Das ist hier drüben irgendwo Das sind auch diese Rollen Habe ich da schon, links Ja? Hast du ein paar? Die ganze Kiste leer gemacht Ja, nicht übertreiben Nicht übertreiben Ja, egal, ne mit Mein Gott, wir haben hier hinten so viele Lagerkisten Normale Kabel brauchen Wir haben hier reingeschmissen Dann haben wir den normalen Draht Schrauben Eisenplatten Und schmeißen wir das mal da rein Und dann wolltest du, ich mir das komplett leer mache Okay, jetzt ist interessant Jetzt sammeln sich hier die Platinen Und nur noch Statoren gehen raus Jetzt ist hier das ganze Kupferblech Jetzt werden hier immer mehr Platinen Kupferblech geht raus Das ist ja auch witzig Das heißt, das fängt an sich hier zu stapeln Das ist aber scheiße Siehst du das? Da vorne läuft es nicht mehr, ne? Ne? Warum läuft das nicht mehr? Äh Doch hier läuft es ja Motoren, Kupferblech Ja, ja, jetzt läuft es wieder Gerade eben waren da einfach Statoren Die waren am stehen Jetzt zieht ihr gerade wie blöd Kupferblech hier weiter Was brauchst du noch? Gummi, Turbodraht Kommt irgendwie nicht so ganz an Ich denke mal, bei der Masse muss ich das erst mal verteilen, anders Achso, ja, hier ist auch halt noch jede Menge drin, ne? Ja Gucken, dass der hier mal ein bisschen Gummi rauszieht Müsste ja dann eigentlich hier hingehen Computer sind schon hier Ach nee, das Gummi hier ist schon voll Hier hast du was nicht ausgewählt Hier ist eine, die können die Verarbeitung läuft nicht Da ist nichts dran Welcher? Die kleinen, die habe ich nicht ausgewählt, genau Ja, nicht, okay Ja, was soll man damit machen? Da ist nichts, was aktuell gebraucht wird Pass auf, wir können hier einfach mal anfangen Fertig ist, wie gesagt, hier fehlt jede Menge Turbodraht noch auf jeden Fall Der müsste eigentlich mal ein bisschen vorgezogen werden Ich packe den mal nach unten Dass der jetzt vorgezogen wird Gut, wenn wir Kupferdraht haben, könnten wir hier Turbodraht produzieren, ne? Brauchen wir nicht Pass auf, ich mache jetzt einfach mal was Wir gucken jetzt mal, was unser Strom macht Ich würde sagen, wir nehmen das Ganze mal in Betrieb Und der Zusammenbruch ist da Meinst du? Weiß ich noch nicht Könnte sein Aber wir haben auf jeden Fall einen kurzzeitigen kleinen Peak Geht aber Läuft halt einiges noch nicht an, ne? Weil hier überall, wie gesagt Oh doch, der ist am Anlaufen Tatsächlich Der hat sich jetzt erst alles reingezogen Ah Hier sind auch gerade die Förderbänder alle leer Ja, ja, die fangen jetzt erst an, das einzuladen Jetzt dauert das natürlich So, als müssten halt hier vor allem erstmal automatische Verkabelungen und sowas hergestellt werden Und erst wenn das passiert Wird alles dann Kreislauf haben Wird alles laufen Denke ich auch, aber ist halt die Frage Wann, ne? Ja, ja, genau, das ist es halt Er ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Der schmeißt halt im Prinzip immer genau das wieder raus, was gerade reingekommen ist So, das ist halt ein bisschen doof Weißt du, dass der nicht im Prinzip hinten reinläuft und vorne wieder rausschmeißt Weißt du, wie ich meine? Das wäre halt deutlich cooler irgendwie Macht er aber eben nicht So, dafür, wie gesagt, geht jetzt hier der Turbodraht Siehst du, da bleibt hier hinten kaum was von übrig Da wird wieder Gummi raussortiert gerade Ach ja, natürlich Der kann ja auch gar nicht so schnell sortieren Weil ich habe hier überall kleine Förderbänder drin, ne? Mhm Damit das halt auch hier und da ein bisschen weiter läuft Aber hier funktioniert es tatsächlich ganz gut Also der Turbodraht, der da drüben Nicht rausgefiltert wurde Der landet dann einfach beim nächsten Das ist gar nicht so schlecht Wie gesagt, ein bisschen läuft dann halt immer weiter Naja, was soll es, ne? Oh, hier läuft was an Hier wird ein Computer hergestellt Mhm Schön, schön, schön Und wieder aus Na, ich glaube nicht so gut, wie ich gehofft habe Wie gesagt, vor allem halt, weil das, was da vorne, was wir reingeschmissen haben Oder was hinten reinläuft, wird als erstes wieder rausgeschmissen Das ist halt echt ein bisschen dämlich Weißt du, hier kommt jetzt die ganze Zeit in Kunststoff rein Und es wird nicht weiter rausgegeben Sondern immer nur das, was unten ist Das ist halt irgendwie gerade echt doof, finde ich Das ist echt ein bisschen dämlich So, und das heißt, um den einen Kollegen halt zu füttern Wie gesagt, muss man halt jetzt hier ein bisschen Nachhelfen Na, mal ein paar Kabel wieder da reinschmeißen Mal ein paar Statoren wieder da reinschmeißen Und das ist halt jetzt echt ein bisschen doof Oder man müsste halt auch hier bei dem Förderband dann sagen Nee, pass auf, du darfst nur über Stufe 3 da einfüllen Kommst aber eben über Stufe 4 raus Dann würde das bestimmt auch wieder gehen So, was braucht ihr? Platinen, ihr braucht Kunststoff und Kupferblech Was läuft da jetzt schon wieder die ganze Zeit lang? Das ist doch Gummi Schmeißt der denn jetzt hier das Gummi raus? Oh, der ist bis oben hin Lol Hm Ja, ich glaube, das muss ja nicht so richtig halten Ähm Ah, dass du adaptive Steuereinheiten jetzt irgendwo herangeschmissen? Ja, ne? Was habe ich angeschmissen? Die adaptive Steuereinheit, die hast du jetzt angeschmissen Ja Okay Ja, wir haben vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal reingeschmissen Eventuell Da bin ich mir sogar sehr sicher Ich versuche jetzt mal eben hier Kupfer und Äh, Kupferblech und Kunststoff zu verteilen Dass wir hier schon mal ein paar Ja, oder wir müssen halt wirklich hier einfach die Abfuhr schneller machen So, schon mal verdoppeln oder verdreifachen Was die, die Material brauchen, das auch sehr schnell kriegen Und Stufe 3 macht eigentlich wenig Sinn Ah, machen wir mal Stufe 3 Oh ja, Lippie vorbeigeschossen wieder den berühmten treibstoff treibstoff in der nähe vom hud oder war der doch woanders hier treibstoff hier in der nähe vom bahnhof treibstoff in der nähe vom bahnhof ich funktioniert ja lassen vorgab ist ich bitte jetzt hier mal überall ein bisschen so also an den containern bau aber dann hier auch direkt wieder fusionatoren dass wir im prinzip eine durchmischung kriegen zumindest will ich mir das ein weil der halbiert ja dann hier immer schmeißt hier aber wieder mit ins lager und hier geht er halt zurück auf die uhr ursprungsstrecke weißt du der macht jetzt immer halb halb die hälfte geht nach geradeaus die hälfte wird hier geteilt vielleicht wie gesagt durch mischt er ja jetzt ein bisschen mische ich hier auch wieder was zusammen weißt du keine ahnung ob das was bringt aber ich sehe auf jeden fall jetzt schon mal mehr turbo draht wie vorher ja auch wenn du auf den verteiler gehst und siehst du die wir sind in jahrs wünscht also sollte man nur treibstoff hier wieder hast du oben am bahnhof da stehen doch die drei container übereinander da oben am bahnhof ich glaube ich glaube wir haben ziemlich übertrieben mit dem was wir reingeschmissen haben entweder ein wenig eventuell ein wenig die ersten container platzen guck dir das mal an hier und sie doch mal aus dem hinten was raus und packst auf unseren container entmal ich bin jetzt mal davon davon und ist hier alles von hier sind schon platinen drin eigentlich auch nicht gebraucht da ist nix scheint aber besser zu laufen ja scheint schon deutlich besser zu laufen ich mir das hier so angucke ich glaube das lassen wir bei ersten ja auch intelligente beschichtung war die auch hier viel oder gummi oder plastik irgendwie so was ist gerade eigentlich nicht doch jetzt hier kupferblech kupferblech ja muss ich erst mal durchlaufen ich denke auch wenn das jetzt bisschen laufen lässt dann dürfte es eigentlich gehen oder halb bekommt auf den punkt kein rundkurs wo es hat immer läuft sollen wir auf das alte system halten nur seine container die sind voll und dann wir haben halt einfach wie gesagt viel zu viel reingeschmissen weißt wir haben hier vier dinger laufen normalerweise hätten wir da auch 200 von jedem reingeschmissen und nicht direkt zwei bis zehntausend ich glaube das ist halt einfach viel zu viel dass der halt wie gesagt jetzt immer nur von einem einzelne ressource kriegt und dann natürlich den rest nicht zusammenkriegt damit er weiter arbeitet sonst wäre es ja ok sonst würden die sich ja in regelmäßigen abständen ihren krempel wegnehmen weißt du ja aber wenn die halt wirklich jetzt zehntausend erstmal von sachen kriegen die die nicht haben müssen dafür ist dann vielleicht einfach die strecke auch zu kurz das kann sein ja das waren jetzt aber andererseits wenn ich die längere wege fahren was das besser wäre aber auch nicht könnte vielleicht durch andere splitter halt von der länge her durch förderbänder die vielleicht ein bisschen aufteilen nochmal also mein zukunftsgedanke wäre ja eigentlich gewesen vom prinzip her dass wir wie gesagt von jeder materie im prinzip einen rundkurs haben weiß und dann halt immer nur ab 2 gebaut weiß der geier wohin das haben wir hier nicht gemacht wir schmeißen ja jetzt hier wirklich alles auf einen rundkurs also dann hättest du aber praktisch wie so ein Gabelstab bei der Regale wo du dann oben die alle rundum herum fahren ist praktisch ja genau und dann durch den verteiler in der etage tiefer da wo es hingehört praktisch zum beispiel oi 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 klingt interessant bin ich schon sehr ehrlich aber ob das machbar wäre weil wir haben so viele ressourcen die wir oftmals benötigen das bandjahr 5 bis 10 hoch aber am nächsten projekt dann mal vielleicht machen einfach probieren wir wirklich mal aus denke ich ja ok jetzt kommt von drei seiten kupferblech dann brauchen wir eigentlich auch nicht mischen und da stautet sich weil wie gesagt kein kunststoff hinterher kommt der kunststoff ist bei mir auf der seite ja bei mir läuft hier immer ganz darüber da ist auch kunststoff drin der turbo dran blick da rein was fehlt jetzt dafür wir sind ja der 132 stück drinnen nur bei 200 ne ist der ja so gesehen erstmal voll aber du brauchst immer 10 partien das heißt die 10 partien schießt ja gar nicht so schlimm wir haben es halt wie gesagt machtlos übertrieben und vor allem haben wir noch was vergessen wir haben keinen container für fertiges wie kein container für fertig ist ja jetzt zum beispiel hier unsere super platin haben wir keinen lagerpunkt für das weistige auch auf den rundkurs im ganzen mittel naja hier und da kommt schon mal eine platine hier raus ja auch schon mal nicht ganz schlecht aber ich hab jetzt mal die platinen eben rüber geswitcht weil er nimmt halt 200 platinen auf und dann geht es ja erst mal voll aber du brauchst ja 7 oder 10 ja wie gesagt etwas zu bauen mit der mischerei das scheint das gut zu funktionieren da jetzt zumindest sei jetzt turbo drei platinen eisenstangen kupferblech anscheinend ist es ganz gut zu funktionieren aber was geht jetzt hier gar nichts untätig der ist anscheinend stand by hier 6 und 8 turbo draht fehlt dem da wird er sich dahinten gerade alles ab hier steht da gerade deswegen gibt es ja auch einen intelligenten splitter gerade ich brauche hier mal was rein oder macht das hat ja gut ich sag mal dieser rundkurs ist eigentlich auch interessant aber vielleicht wäre auch interessant zu sein einfach was ja jetzt in die kiste mit den wertvollsten sachen noch am meisten gebraucht wird wie heißt denn diese schnittstelle da möchte ich nicht mehr möchte ich nicht noch mal zum netzwerk oder was was wir da herstellen die platinen steuereinheit ja das eine solche steuern richtung die will ich herausziehen was willst du noch und dann die heißt wie ist der anschluss aber kann ich hier nicht mehrere sachen für das mit der jungen nach rechts kannst du doch oder alles lassen kann ich hier noch was hinzufügen ich kann immer nur eins rausfiltern das aber doof ok ja vielleicht dann gleich mit der forschung halten mit dem programmierbaren ich spiel anschluss mal gucken wie viele davon durchkommen die können wir ja hier rausfiltern ne links additive steuereinheit so so was stellen wir noch her das war das ne ne computer stellen wir noch her aber die brauchen wir ja hä highspeed anschluss obwohl du untätig bist aber dir fehlt noch genau ein turbodraht ne klasse ja ja das ist immer das gleiche ja und dem fehlt auch sehr viel turbodraht naja obwohl wir viel reingeschmissen haben ne dem fehlen automatische verkabelung ne immerhin sind schon mal welche angekommen wenn wir aber den supercomputer haben ne oder den bräuchten wir ne weiß ich nicht den brauchen wir ja doch kann sein weiß ich nicht für den programmierbaren splitter bräuchten wir ähm computer intelligente äh beteil darauf was wir da waren diese platinen da mhm highspeed plastik dann können wir einen supercomputer herstellen wenn wir 50 dinge haben die war hat sich schon den programmierbaren splitter oder halt den geothermal generator ja worauf wartest du wieder kunststoff dann brauchen wir auch keine kohle mehr ne kunststoff ja was heißt brauchen also ich meine unser unser stromverbrauch ist jetzt nicht unbedingt runter gegangen ne ok der kollege arbeitet aber der ist voll das ist schon mal geil sowas habe ich ja gerne so pass auf jetzt schmeißen wir mal kunststoff in den ring dass wir das erstmal voll kriegen so jetzt schmeißen wir kunststoff in den ring hier ist kein kunststoff da ist kunststoff so ansonsten der kunststoff schon weg dass unsere platinen herstellung vorwärts geht hier ist auch noch kunststoff raus damit genügen kunststoff oder soll ich was mitbringen ne lass erstmal laufen lass erstmal laufen so ist nicht erstmal laufen lassen wie gesagt hier wird ja gemischt hier kommen jetzt noch statt toren da würde ich aber vielleicht jetzt wieder den kupferdraht äh den den turbodraht nach vorne packen wenn wir die ganze zeit aber damit mischen müssen ist aber keine gute sache ne das ist weil wir einfach völlig übertrieben haben toto und das halt alles ja doch überleg mal wir haben ja auch kupferdraht drin was soll das brauchen wir nicht brauchen wir halt absolut nicht hätten wir jetzt von jedem jahrhundert 200 stück genommen wäre das halt völlig groß gewesen ja dann sollst du eine kupferdraht ausschmeißen für den raus ja das ist gut wenn wir überhaupt nicht brauchen dann braucht man der position nicht darum ein und dann mit keine ahnung wie viel da irgendwie ein und ein sackel ja wird gleich rausgeholt geht dann in den schreddern das ist schön wo du genau die kupferdraht keine ahnung wo der reingekommen ist ob ich das war oder was ich weiß es gar nicht mehr gut okay pass auf ich mache den ersten cut wir haben tatsächlich schon eine stunde rum okay und ja dann würde ich sagen bis gleich tschüss Ciao, ciao.